Der Steckdosentester SDT1 von Benning ermöglicht eine schnelle und einfache Prüfung von Schutzkontaktsteckdosen, Kabeltrommeln oder Verlängerungsleitungen. Mit ihm können folgenschwere Personen oder Sachschäden frühzeitig vorgebeugt werden. Hierzu wird der Steckdosentester einfach in das unter Spannung stehende Prüfobjekt eingesteckt. Anschließend leuchten je nach Verdrahtungszustand die entsprechenden Leuchtdioden des Testers. Ein Abgleich mit der aufgedruckten Statustabelle gibt Auskunft über den vorliegenden Verdrahtungszustand und eventuelle Verdrahtungsfehler. Bei dieser Steckdose liegt der durch die linke Grafik verdeutlichte Verdrahtungszustand vor. Es besteht somit in diesem Fall kein Verdrahtungsfehler, was auch durch das grüne Kästchen auf der Statustabelle deutlich angezeigt wird. Mit Hilfe der Prüftaste FI-RCD-Test kann nun eine vorgeschaltete 30 mA Fehlerstromschutzeinrichtung ausgelöst werden. Obwohl eine Vertauschung von Außenleiter und Neutralleiter kein Fehler darstellt, muss für die Prüfung einer Fehlerstromschutzeinrichtung der Außenleiter am rechten Kontakt des Steckdosentesters angeschlossen sein. Sollte dies nicht der Fall sein, kann der Tester einfach um 180 Grad gedreht werden, sodass auch jetzt eine Fehlerstromschutzeinrichtung geprüft werden kann. Des Weiteren kann mit Berühren der Elektrode PE-Test eine unzulässig hohe Berührungsspannung am Schutzleiteranschluss festgestellt werden. In solchen Fällen weist das LC-Display auf die gefährliche Spannung hin. Eine Prüfung sollte somit in folgenden Arbeitsschritten erfolgen. Einstecken des Steckdosentesters Auflegen des Fingers auf die PE-Test-Elektrode Abgleich mit der Statustabelle Bei korrekten Anschluss kann nun die FI-RCD-Prüftaste betätigt werden. Sollte spätestens jetzt ein Fehler festgestellt werden, muss eine Elektrofachkraft mit der Beseitigung des Fehlers beauftragt werden. Die folgenden Verdrahtungsfehler können vom Tester erkannt werden und bieten einen ersten Anhaltspunkt für die Fehlerursache. Leuchten keine LEDs, ist kein Außenleiter angeschlossen. Ein fehlender Neutralleiter wird durch das Aufleuchten der rechten LED verdeutlicht. Das Aufleuchten der mittleren LED signalisiert das Fehlen des Schutzleiters. Eine Vertauschung von Außenleiter und Schutzleiter wird durch die äußeren LEDs kenntlich gemacht. Das LC-Display signalisiert bei Berühren der Metallelektrode eine gefährliche Berührungsspannung am Schutzkontakt der Steckdose. Alle LEDs leuchten, wenn der Außenleiter am Schutzleiterkontakt angeschlossen ist und der Schutzleiter komplett fehlt oder der Außenleiter am Neutralleiterkontakt angeschlossen ist und der Neutralleiter komplett fehlt. Alle Fehlerfälle werden auf der Statustabelle dargestellt und mit einem roten Kästchen als fehlerhaft gekennzeichnet. Mit dem Benning SDT1-Steckdosentester können Elektrofachkräfte beispielsweise eine einfache Vorprüfung von Steckdosen durchführen oder von unterwiesenen Personen wie etwa Praktikanten durchführen lassen. Des Weiteren können Auftraggeber von elektrischen Arbeiten mit dem Steckdosentester die Arbeiten von Elektrofirmen überprüfen und gegebenenfalls infrage stellen. Sogar Laien können beispielsweise vor dem Kauf von Immobilien im Eigenheim oder an Verlängerungsleitungen eine einfache Prüfung mit dem Steckdosentester durchführen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Benning SDT1-Steckdosentester nicht die Kenntnisse und Fähigkeiten einer Elektrofachkraft ersetzt. Dennoch stellt er ein kompaktes, einfach und schnell zu bedienendes Prüfgerät dar, welches für den ersten Basistest auch von elektrisch unterwiesenen Personen und Laien sicher bedient werden kann.